Hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailer am 27.08.2020. Tja, im Hauptfilm wird es in erster Linie darum gehen, um die Kindes, sprich die Jungen, Wohlgefährdung. Weil ich habe mich da jetzt auch ein bisschen mal schlau gemacht heute und habe mal gedacht, ich recherchiere mal so das eine oder andere. Also ich sitze da oben, das ist der Paragraf 1666 bürgerliches Gesetzbuch und bin dann so nach meinem Rechtsverständnis dann dazu gestoßen, dass diese Maskenpflicht für eure Jungen auf jeden Fall oder recht oft oder vielleicht auch ständig auch eine Kindeswohlgefährdung darstellt. Wenigstens darstellen kann. Darüber geht es dann im Hauptfilm, den ihr schauen könnt bei VK, bei Bitshoot. Und die sich den Trailer bei Webnews.tv aufrufen, wisst ihr ja jetzt mittlerweile auch. Ihr seid ja schon groß, dass ihr euch da den entsprechenden Link kopiert, in die Browserzeile einfügt und zu eurer gewünschten Plattform gelangt. Und dann sehen wir uns ja vielleicht gleich wieder. Tschüss!